Hallo Kinder, da bin ich wieder. Heute wollen wir die Geburtstagsgegenstände für das wie Zahn einsortieren. Wo hörst du das am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Nach jedem Wort lasse ich kurz Pause, damit du selbst überlegen kannst. Wir fangen mit dem Auto an, mit dem Spielzeugauto. Wo hörst du das? Ich höre es in der Mitte. Spielzeugauto. Nun die Zahnbürste. Überlege. Bei Zahnbürste höre ich das am Anfang richtig. Kerze. Ich höre das Z. In der Mitte. Ganz genau. Super. Zebra. Zebra. Hier höre ich das Z am Anfang. Richtig. Herz. Herz. Ich höre das Z am Ende. Sehr gut. Zum Schluss noch der Zahn. Beim Zahn höre ich das Z wieder am Anfang. Das hast du gut gemacht. Prima. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.